Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Milliarden und Millionen Mal mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kussbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kussbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilands Worte. Ich brauche Sühne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch. Eure Lieben. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wache Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht. Amen. Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch, rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und Gottgeweihten. Mit der großen Bitter, diesen Liebesakt, mit jedem Adernzug, mit jedem Polschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Amen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Maria mit dem Kindeliebe. Und zu allen deinen Segen gib. Und zu allen deinen Segen gib. Amen. 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 Amen.